Was ist das Gatsby-Roman? Das Gatsby-Roman war die Idee, das zu entwickeln, das zu auf die Bühne zu bringen, weil es, glaube ich, auch in unserer Zeit ist, die richtige Zeit, um klarzustellen, dass das Reichtum, das wir brauchen, das Erfolg, das wir brauchen, oder brauchen wir auch, oder nur Liebe. Das ist der Versuch, das ist sehr schön, und deswegen ist es ein Klassiker. Was sind die Prioritäten im Leben? Liebe, Familie, Freunde, diese Gefühle haben nichts zu tun mit Geld oder Erfolg. Ich würde mich als charismatisch, charmant und ein sehr starker Charakter. Er weiß, was er will, was er will, und er glaubt in, er glaubt in Liebe. Er glaubt in, er glaubt in Liebe. der er nicht hat, in diesem Fall, Daisy. Er ist wahrscheinlich immer das große Worte, weil er nicht wirklich glücklich ist. Er ist etwas zu verlieren. Das Team ist eine große Partei, das Ergebnis eines Angebot in der Welt. derzeit auf das Leben. Es ist ein Fremdlauch bei der Erde, der Herr sagt, Sie können, den Gott zäminen. So geht es nach der Erde. Sie können, den Gott zäminen. Die Gatsby ist ein wirklich großartig, He was waiting around